Jetzt da. Das Ding müsste hier dran sein. Hm. Ich bekomme so wenig. Naja, egal. Okay. So, nehmen wir noch zwei davon. So, dann haben wir das auch. Oh, da brauchen wir noch einen, hey. Ich brauche noch einen Pew. Ein, äh. Einen, was? Einen Pew und einen Fused. Ähm. Da steht irgendwas mit Seed. Ein Pew? Was ist denn ein Pew? Sag mir mal die Nummer. Doppelpunkt 1, 2. Doppelpunkt 1, äh. Nochmal, was waren die ersten Zahlen, die ersten? 4, 1, 3, 2. Ja. Doppelpunkt 1, 2. Ach so, die reinen, ne? Hier steht, drop a fluid seed from the fuel dust and send into a puddle of water. Ja, genau. Da musst du den fluid seed wieder kleiner machen. Ach so. Ich bin kurz mal am tippen. Ich bin kurz mal am tippen. Ähm. So. Okay. Okay, das haben wir dann auch. Mhm. 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 Wir haben nur noch eine zusätzliche. Ja. Die sind nicht so pralle. Mhm. Mhm. Wie macht man den nochmal? Dann Sand noch, ne? Mhm. Mhm. Ah, so ein paar haben wir noch. Sehr gut. Und Enderperl. So. Dann machen wir das schnell. Guck guck. Ich bin hier. Ich bin hier. Aktiv nochmal das Signal. So. 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 kay so. Oddy beads. Mich nervt hier gerade dieses doofen Teil. Wie lange dauert das denn? ähm, das dauert lange Alex, kriegen wir das gleich noch vor Mitternacht hinten? Ja, müsste, müsste, müsste Ich kann's auch nicht vernünftig dropen, Alter Ich bin immer neu Okay, bis gleich So Entschuldigung Wachsett schneller Viel schneller Alter, was hier alles durchläuft Da, 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 da Okay Krass So, jetzt warte ich nur noch auf meinen Ender, äh, auf meine dynamischen Dinger da und dann geht der Lachs los Wie lange dauert das denn? Ewig wahrscheinlich Musst halt ein bisschen warten, leider Du kannst ja währenddessen noch was anderes machen Vielleicht Dann drunter ist eine Kapazitor, die gar nicht an ist Oh, das, äh, dann müsste man die an machen Output, Output Wo ist denn hier ein Input? Gar kein Input Oh Nee, hier drunter ist auch nichts Okay Futsch am Bau hier, wa? Aber sowas von Wo kann ich denn hier rausgehen, dass ich dann Strom kriege? Stell dich mal bitte Ich bin grad wo ganz anders Oh boy Ich bin nämlich grad unergründig Ach, Stromkabel Ich muss nämlich grad noch hier ein paar Enderleitungen machen Eui, 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 eui Kommt ein Stromkabel dann raus Boah, das kann jetzt ewig dauern, bis ich Ich durchge... Stromkabel kommt dann hier unten rein Kannst du mir mal ein paar Ender-Dingens geben? Ein paar, was, Ender? Eins, zwei, drei, vier Ja, so in Energy-Cable Äh Ja, die musst du dir aber herstellen Also Ich bin grad an Dynamischen Legierungen machen Muss ich morgen keinen Versand machen? Sonst sitzt du da The Paketkleben, was ist das? Außer sitz ich dann da Ähm Oh jetzt Okay Paket, Paket, was ist das? Wie mach ich das jetzt? Seth, wie mach ich das jetzt? Kannst du dir das mal sagen, Brody? Solange du nicht Brody sagst, ist alles gut, glaub ich Ich kann sogar zu dem Brody sagen Ist nicht so ein Ist nicht so ein alter Chef, oder was? So ein jüngerer 38 Wenn's hochkommt Oh krass Ja gut, das geht ja dann Dann kann man doch mit dem nochmal reden Bei älteren Schiss ist das manchmal Wenn's hochkommt, ist der 40 Krass Das geht ja Oh, komm schon Oh, komm schon Tief leider Oh Aber jetzt sind sie halt nicht weitergewachsen, ne? Naja, okay, das ist Hast du den Magneten vielleicht an? Du hast sogar Input eingestellt Ich hab Wo war's eingestellt? Ich hab' mit dem Ding in's Ich hab' mit dem Ding in's Nicht, dass ich was tu So Ja, hier läuft ne Energieleitung lang Perfekt Das hab ich gerade gemacht Ja, das ist für mich gerade optimal, weil Hier Da sind noch welche Ähm, ja Einmal hoch, einmal hoch So Dankeschön Wie viele sind das gewesen? 11 Okay, ich brauch noch viel mehr Ui Ja, wir brauchen halt Vibrant Alloy, ne? Ja, der sollte eigentlich gerade produziert werden Ich hab den extra so hingeknallt Ja, sehr langsam Wie weit sind die hier? Die sind auch sehr Ja, das ist 10% erst Ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte Guck Was das Geilste ist Auf der Arbeit könnte ich sogar Minecraft Echt? Ja Krass Sollte man mal machen Leute, wo bezahlt soll ich das jetzt nicht machen? Pyramide List Hi, grüße dich Geht's dir gut? Pyramides Pyramide List Falls ich irgendwas verpeilt habe Oha, heute noch Glasfaserkabel mit IC2-Strom Ja Wir machen noch ganz viel Raid it mit 5 Leuten Uuuuh Was ist denn da los? Hallöchen, liebe Leute Ich grüße euch alle herzlich Ja, wir sind hier gerade noch wild am Bauen Sieht mal an, ne? Äh, Glasfaser kann mit Äh Boah, Alter Das ist ja ewig Naja, also Ich glaub nicht, dass es die Glasfaser sind Warte mal, wir gucken jetzt mal Ganz normale Vielleicht habt ihr ja ne Ahnung Ja, genau Ja, eigentlich haben wir ja nichts großartig Viel krasses da Boah, jetzt müssen wir mal gucken Wie wir diesen Also du bist jetzt gerade dabei Mit dem Glasfaserkabel, ja? Ja, richtig Mit dem Glasfaserkabel Das ist auch schon angeschlossen Vielleicht weiß ja einer von den Ja, vielleicht weiß ja einer Boah, was Äh Vom ME in den Reaktor macht Oder ob der Importieren muss Ja, genau Also wir haben hier Ähm Vom Vom ME-System Hier vorne irgendwo Haben wir jetzt gesagt Naja, komm Wir machen einen Export Ähm Oh, Pyramidilis Danke für deinen Follow Vielen herzlichen Dank Ähm Ja, ähm Wir wollten gerade hier Die, ähm Aus dem ME-System Das Jelurium Halt raus transportieren Aber irgendwie Haben wir das nicht Mit dem Itemleitungen Hinbekommen Und auch nicht Also jetzt versuchen wir Gerade mit nem Importbus Vielleicht habt ihr ne Ahnung Wie das geht ME-Export Und Big Reactor Geht ME-Export Ja, ja ME-Export Ja, und ich hab den Import Hab ich hinten Ja, gut Also ich muss dann Export am Big Reactor rein Äh Ja So hab ich verstanden Das heißt Export Muss ja dann da rein So So hab ich das auch verstanden Ja Ja, genau Exportbus Dann Importbus ME-Exportbus geht aus dem ME-System Importbus ins System Willst du etwas in den Reaktor pumpen Brauchst du einen Exportbus Also muss der Exportbus An dem ME-System So hab ich das jetzt auch verstanden Jetzt wird's komplett durcheinander Also nochmal Der Export Kommt an den Reaktor ME Nee, aus dem ME-System Importbus Importbus ins System Willst du etwas in den Reaktor pumpen Brauchst du einen Exportbus Das heißt wir haben hier einmal einen Exportbus Und einmal einen Importbus Der Exportbus muss dann an den Reaktor So hab ich Ja, das könnte sein Ja Ja, ich hoffe man's richtig Und das muss dann da hin Ganz Entschuldigung, ganz kurz Lieber Pyramidalist Ich hab grad mal ganz kurz den Justin gemutet Oder mich gemutet Erstmal vielen herzlichen Dank Für deinen Rate Der wurde bei mir komischerweise Nicht so ganz angezeigt Aber auf jeden Fall Vielen herzlichen Dank Ich grüße auch alle Die jetzt gerade hier sind Nochmal ganz lieb in Ruhe Und auf jeden Fall Danke, dass du mich in den Autohost aufnimmst Das ist total lieb von dir Ich werde auf jeden Fall Auch nochmal bei dir vorbeischauen Und mal schauen Was du so treibst Und ja Auf jeden Fall Vielen Dank nochmal Dass ihr alle hier seid Das ist grad echt cool Ich bin Ich wollte da eigentlich Gar nicht mal so lange streamen Ich bin total erkältet Und bin dann doch hier aufgetaucht Also wie gesagt Danke nochmal Ja Ja, ja Ist ja gut Ich wollte nur Kurz mit den Leuten sprechen Ähm Ja Was war nochmal? Also richtig Musst Ihnen nur mit den Okay, gut Okay Und du brauchst jetzt Nur Glasfaserkabel Glasfaserkabel habe ich schon Ich brauche nur noch Fluid Fluid Fluids Und das braucht ihr jetzt So ein bisschen Wir gucken mal Guck mal Wo war ich? Warte mal Das ist grad online Ja Wir gucken jetzt nicht gerade In die Sachen Wir haben das heute Eher spontan geplant Mal zugeben Also Tutorials werden Würden natürlich Auch ein bisschen besser sein Aber Wir haben jetzt gerade Einmal mal ausgetestet Und ja Was soll man sagen? Das ME-System Also sagen wir mal Ja Ne Doch Es geht Krass Ja klar Das sind Kabeldinger Ja Ich hab mich grad nur Ich baus wieder dran Versprochen Komm schon Gib mir mehr Der flippt Der flippt Der flippt komplett aus Ich brauche Xiii Da muss noch Nihilorium Im Importbus Ja Ja Ein bisschen Eigentlich ganz geil Ich würd nicht aufhören Ohohohohohohohohohoh Hörs wenn ich die Seeds ansuche Der flippt komplett aus hinter dem In deinem Bildschirm Gerade So jetzt Warum dauert so ne Scheiße So lang Ich will Unreal Tournament spielen Ich will Unreal Tournament spielen Fängt das noch an Du musst doch morgen arbeiten eine Ewigkeit später zweite Woche Ausbildung Edge Badge kommt er nicht warum Minecraft guten tschüss Leute back to the gambler so 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 yo back to the gambler tschüss bis denn bis denn ich besag so oft ich hab wohl noch ein paar item dukt ja meine Stimme versagt gerade mega warum warum geht kaputt musst du mal die Logitech hast du eine Logitech-Wepcom ja meine Stimme geht echt kaputt ja 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 verstanden ja es war ein Ja okay ähm äh herz was ne äh herzhaften und sagen wir einen guten Ciao meine Damen und Herren jedoch nicht die Herren da ich ausschließlich weibliche Humanen in Erwägung ziehe äh okay okay ähm ja humane Lebenswesen äh ganz wohl das weibliche sind toll ja ich bin froh dass es die gibt äh nichts umsonst fliehen wir gerade After Humans den habe ich jetzt nicht ganz verstanden aber wie gesagt äh Playing Dax Spaß ähm und danke dass du hier warst nein Playing Dax unterstrich G Ball 11 achso äh mal schauen ob die Person auch gerne so dringend auf ihren Namen besteht genau das hatten wir ja heute schon zwei dreimal mhm der Name muss so richtig ausgesprochen werden dann zapp ich auch rein mhm ah ja stimmt stimmt ja ja das war ja okay stimmt das war lustig was sind das so Firoge die du da verlegst oh lieber Sozik vielen herzlichen Dank für deine Follow äh Playing Dax das sind Energiekabel und Conduitkabel ja wir das heißt äh Item Sachen ne dass du dann halt auch die entsprechenden Items die da rausgelegt werden genau dass die dann ab dem das wollte ich noch gefragt haben dann schafft ihr auch eine Wood Farm an dann habt ihr ausgesorgt ja wollen wir noch machen das kommt alles noch wir haben ähm übrigens genau und wir haben so unglaublich viel Holz eh schon auf Lager weil wir Himmelseichen gefällt haben also ich oh ja damals das war abnormal das war Pimmel Eichen du bist auch so ein Pimmel ähm das waren so wundervolle Himmels dicke Dinger ja wenn du einen gefällt hast dann hattest du erstmal mit einem Schlag ohne dass überhaupt irgendwas wegfällt weißt du was mir gerade auffällt ja bitte dass mein Monitor perfekt unter meinem dass der Monitor direkt unter meinem Regal passt wundervoll ähm ach Wut nicht sorry I've got not lesen gut ja das machen wir auch noch oder mit U Wut Wut was ist denn Wut ach Justin manchmal bin ich so traurig W oh mein Alexa ist umgefallen Upsi deine Alexa ist buchstäblich ähm ja vom Hocker gehauen Wut Wut gibt's gar nicht oder schreibt man das anders B O O T gibt's nicht ähm also ich hab bisher sowas noch nicht gebaut aber hey man lernt ja nie aus bekanntlich gestern Kollege zu mir ja ach Mobfarm ah was ähm der hat ja einen amerikanischen ja selber man hat dich nur zur Hälfte verstanden das werden wir auch bauen hab ich gesagt lieber Plaindex vielen herzlichen Dank für deinen Follow ähm Kollege auf jeden Fall gestern mit amerikanischen ne ja Austerschüler und dann sagte er so äh do you want smoke with me und er sagt so no no I'm not a roker I'm not a a roker a roker was ist ein roker ein raucher a roker raucher echt a roker ja ja nein nein er hat das halt versehentlich falsch gesagt ach so okay ich hab mich grad gewonnen ich hab grad selber überlegt was a roker weil sonst heißt es ja I'm not a smoker ja das ist wahr ähm oh god jetzt muss ich erstmal kurz nochmal in den chat gucken alter ich bin so ergeltet ich merk das noch gerade ähm okay also rohre wie gesagt item konvert und sowas ähm ach da ist er hi ähm was ist denn eine melchbar lieber back the gambler vielen herzlichen dank für dein follow ähm du bist jetzt ein nerd im übrigen ihr seid alle nerds wir sind alle immer nerds konsequent alle die hier sind zweifel 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 ähm gut aber kann sein dass es das nicht gibt try viele packs durch ah ok gut aber mob fahren ja das ähm das könnten wir auch machen wobei wir haben den Vorteil wir brauchen ja keine mob fahren eigentlich sondern wir haben den friedenstisch für friedenstisch tisch ja wir sind ein tisch tisch und dieser friedenstisch da kannst du auch schön alles ähm ne kannst dann tötet er automatisch irgendwelche automatisch alter den purchen zu poten stütz den purchen zu poten ähm ja da kannst du halt auch ähm mobs ohne ende ja niedermähen äh ja äh also äh als ich letztens hände Milch war an Dresen saß einfach nur ein Glas Milch dringen wollte habe mich leider ein etwas älterer ernannt Gormen für nichts und wieder nichts zur Sorge gemacht weswegen ich da vorerst nicht wieder hingehen werde ok wer ist Gormen und warum das könnte ich ganz böse fragen warum lässt du dich niedermachen aber wie gesagt vielleicht habe ich einfach nur den Hitz gerade nicht verstanden bitte was geht das dann doppelt so schnell ja das könnte sein theoretisch theoretisch äh theoretisch genau theoretisch ach ach Gott der war schlecht entschuldige wir haben keine dynamischen Legierungen mehr komm schon wir haben gar keine Legierungen mehr oh nein oh nein oh ja warte mal ich habe eine Idee oh ja ähm jetzt haben wir ein Problem äh haben wir einen Crystal Grove oder brauchen wir Moment Moment ganz kurz let me do this let me let me do this also das kannst du kannst du machen was du willst Crystal Grove Chamber yes ey das ähm also jetzt machen wir oh nein das aus oh 1 2 3 4 5 6 oh Gott jetzt kommt mir alles entgegen ähm okay 1 2 wir brauchen ähm ist das was habe ich denn da reingeworfen was mache ich denn falsch was mache ich falsch äh äh bin ich gerade irgendwie voll deppert also nicht dass ich das nie wäre aber ich bin es immer ähm äh als ob ich das nie wäre also ja konsequent immer da kristal ja ach ich habe gold staub mitgenommen ich affe ach komm jolt ja wir haben ja auch keine goldbarren mehr kannst du mir mal die goldbarren lassen ich habe keine goldbarren geklaut okay ich meine ja nur ich brauche davon so viele kristal groß es 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 mehr habe ich nicht ich brauche einfach mal sechs davon und das fest jedes Mal ein mpk das ist ein bisschen viel in der Tat ähm kupfer kupfer kommt da rein das brauchen wir nur noch wach schneller wach schneller wach schneller wach schneller los 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 da freut sich jemand huch falsch angeschlossen was mache ich denn da für Sachen ja ein schönes system rein äh ich habe ich habe hier noch jelurium waren ohne ende entschuldigung dafür jetzt haben wir mehr davon ich packe die gerade erst mal hier rein packen wir meinen koffer so oh meine güte komm von hallo beeilen sie sich wir brauchen alle beeilen ja ja beeilen beeilen bitte beeilen äh also im letzten hast du mich beeilen sie sich mit dem scheiß teil es ist null uhr ja hast du keinen crystal gedünne kist gemacht pff dafür brauche ich 30 kabel oder so mhm ähm ähm moment chris toll da äh du brauchst einen flugsetblock die habe ich acht stücke noch ja und ansonsten brauchst du zwei kabel nur zwei kabel und dann wächst es schneller wo habe ich das gemacht okay parameter list vielen dank nochmal ähm ich hoffe du guckst noch ab und zu ein bisschen du brauchst einen crystal growth chamber ne ja guck mal ich mach dir jetzt mal einen das was du brauchst ist ein crystal accelerator du brauchst einen chamber ähm ich zeig dir was ich meine ach nichts nichts nein nein gib mal her was du in der hand hast ich hab schon ich habe ich habe was in der hand ja ich habe zwei ja hast du es weg gemacht okay ey so einer unten drunter noch einer so sind die alle nee der eine ist offline hier ja warte da fehlen ja auch noch kabel ah ja okay okay dann auf geht glasfaserkabel haben wir hier und hier auch noch die kann ich auch noch aufbringen der ist online und der müsste jetzt auch online gehen hello kabel woher moment ich glaube der ist ein bisschen falsch gelegt weil wenn du den crystal grove ja brauchst du das hier nicht mehr dann kannst du es einfach reinlegen ja okay gut das ist natürlich noch besser der untere crystal grower hat aber äh hier keinen er ist offline ja geh mal weg ja mach mal mach das mal ah ich habe die flugstilkeime ja gerade hier guck mal gleich läuft es dreimal jetzt ist alles kaputt toll da sind die flugstilkeime online 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 ja jetzt ah guck mal wie schnell die jetzt gehen oder guck mal das läuft ja toll ich geh mal davon aus sie sind vor 1 fertig ja alter die sind jetzt wirklich ein bisschen ein tacken schneller ein tacken ist gut ne so ungefähr das dreifache vielleicht äh doch das dreifache kommt hin guck mal die sind gleich fertig bring mich weg bring mich weg los mach hin los mach mach tinne ich will schlafen ich schlafe gleich ein mal kurz gucken ah 74% geh weg doch hätten wir gleich machen sollen ne christ macht hin macht hin los 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 ich will dass sie fertig werden komm schon dann machen wir diesen crystal growth chamber brauchst du die dinge da nur reintun und dann gehen die in zwei sekunden und dann drrrt und fertig ja dann freue ich mich drauf dann viel spaß ich achso ja ich brauch noch meine legt wer was sagen will nimmt die hände hoch hände hoch hände hoch wer was sagen will nimmt die hände was läuft hier gerade nicht achso ja das läuft alles Regierung ja die ja ja die brauchen wir jetzt kommt schon ich hoffe wir haben genügend gold genügend ich hoffe wir haben genügend gold wir brauchen erstmal auf ein paar und gold barren schön